Das ist natürlich auch alles noch knapper und noch spannender machen, ne? Also, du hast 10 Punkte. Also, wie viel steht es jetzt? 10 Punkte. 22 zu 13 steht es und du kannst 10 Punkte verteilen. Okay. Ich gebe 6 Punkte Khatar. 28. Und die anderen 4 gebe ich ihm auch. Was hast du denn gesagt? Ich hab nichts verstanden. Und die anderen 4 gibt er mir auch. Oh shit. Okay, das ist ein derber Schlag, Alter. Bruder, wie viel steht das? Was hat er dir für einen Deal angeboten? Hat er den Deal von Meadow mit deinem vertauscht oder was passiert? Ich glaube, ich hab da ein paar mehr Prozent.